Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley Folgendes ist der Plan heute, wir werden Stardew Valley Glück ist im Rennen Als erstes nochmal Eisenspelzen Für So hier Fürs Community Center brauchen wir das, das und den Das ist für unseren guten Gunnar Ich schmelze noch Eisen ein Noch mehr als das Eisen, aber auch nicht Was soll ich das sagen Äh Ja Damit wir morgen zu Clint gehen können Und unsere Hacke aufwerten lassen können Unsere Spitzhacke Äh Ritititit Ich hoffe, dass wir nicht mal durch die scheiß Steine da kommen Äh Äh Gießkarte wollte ich Ich bin gespannt, was aus dem Engine zieht man wird Rechte Ernten? Ne Braucht 4 Tage, ich weiß gar nicht, ob ich 4 Tage gemacht habe Wir ernten das mal so übermorgen Da können wir es nochmal scheiße machen Ja Ist ja auch gar nicht ruhig schon gegossen habe Jetzt müsste alles gegossen sein Dann gehen wir unsere Hühnchen besuchen Die Eier gelegt haben Ja Hühnchen geht aus dem Milch Wieder Luchsfein Ich frage mich, ob die hier auch raus können Vielleicht nicht Egal So, wir gehen das Eier, das wir hier verkaufen Und die Eisen sind fertig Nein Wo macht der denn länger? Tut es mal Wasser haben, ne? Ja Hier Erstmal Licht gießen Und dann den Becher noch Zusehen der Napf Können wir gleich noch mehr Eisen reinschmeißen Aber ich hätte recht, ohne Spaß Das Eisen hat mega viel gebracht Ach Quatsch Ach Quatsch Ich wollte auch gestern noch zu den Scheiß Dingern da gehen Egal Machen wir gleich Die Pilze brauchen noch wieder So, offen alles Alles klar Los geht's Mal wieder abklappern So Das kann hier rein Das auch Ein Ei verkaufe ich Habe ich irgendwelche Gionen mitgebracht? Nee, die kann ich nicht, ne? Scheine sich so Durch Auf geht's Das ist das Community Center Mal den nächsten Schritt vollbracht Wir haben fast den ersten Ruhm fertig Wir brauchen noch ein fucking Earth Crystal Das kann doch nicht so schwer sein Gehen wir dann die obere Ebene noch mal gucken Ein paar Gionen durch So Wo ist denn Marnie? Nicht hier Okay Ich bin voll überfordert Ich habe übrigens keinen Amatist dabei Ich habe übrigens keinen Amatist dabei Das wir gehen oben lang Ich hole mal rein Fairbie Fairbie natürlich Äh Ne, wir brauchen große Eier für Community Center Da fällt mir gerade ein Boah, ich weiß, wenn man da alles abgeben muss Das ist die sind echt gierig Diese Säcke da drin So Da haben wir zum Glück wieder einen Welche gefunden Ja Sind jetzt fertig Lass mich da drin Mir ist egal Zack, hier aber mit eine Spiceberry Fiona Wees Abby Runter Community Center Marnie auf dem Weg Ich fand eventuell Das Gas ist Rezept Green Alge Blöö Ach so Ja Schließe Gut Verge ich Ich bin nur da rein Ist das Marnie? Aber auch Marnie ist der Felix If you treat you Gute Freunde Ja Ich bin nur da rein Marnie Zwei Geschenke Ein Herz Schonmal Abby geht woanders hin Wir gehen Wir gehen nochmal schnell zu Gunda Und geben den Emerald ab Dann hauen wir die Viecher noch auf der Eisebene weg Für Louis Gehen dann direkt auch hoch Damit wir das direkt abgeben können Sonst fällt dir auch gar nicht Das bringt nochmal gut Geld Geh bitte So Community Center Und dann mal gucken, dass ich was für Pam kriege Irgendwie Gut Gucken wir mal einmal ausnahmsweise im Yuya Mart vorbei Hallo Was lustig wenn ich Pale Ale Flooring Rye Sweet Floor Nein, nein 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 Alles klar Alles klar Ich hab das irgendwo mal gesehen Ich weiß aber nicht mehr wo Hey Pale Irgendwie kann ich das bestimmt selber machen Zweifelverdauert als bis dahin Kau die Flower dauert ja auch noch ein bisschen so wer wollte denn so komischen lila pfels du wolltest du komisch lila pfels haben und das heu was ist das weed das haben wir gleich auch äpfel müssen wir apfelbomben oder wir kaufen einfach welcher nicht so wandel komplett ein ofen so aber jetzt noch und auf christen wir kriegen die mein ganz repariert keine was bedeutet ist mir scheißegal ich will die mich als verbrüllen wir wollen noch ein paar monster verbrüllen eisschleimer um genau zu sein zwei stück und ich hoffe wenn wir die lebe haben dass wir dann hier durchkommen das wäre ziemlich geil ich glaube so nicht ganz fast fast noch nicht ganz dran aber ich hoffe es ist 65 so 1 2 talk to lose 17 wie macht der der so wir fallen kurz ich muss eigentlich noch von denen den hier machen da muss ich nicht laufen sondern ach komm mal das eisen nehme ich mal mit heute machen wir eine minenpause an sich haben die rolle anzüge 190 von spider wir haben fast alle beds wir haben die hälfte schon der skeletons dust spirits a85 von 500 okay das dauert noch ein bisschen so nun gehen wir da jetzt noch hin mach mal die mine heute nicht wir holen uns jetzt eine bahn 4 uhr können wir nicht mehr hin ansonsten gehen wir jetzt einfach mal früh schlafen ach komm mal das doch ey wie geil das minus können wir mit minus reden der will nicht mit uns reden okay neuer ofen ist aber ziemlich cool das ist ganz gut dann gehen wir morgen zu zu 6 6 14 wir arbeiten uns echt da hoch langsam gehen wir morgen zu Clint ja lass ich mir mal kurze pause mit ach guck mal der erste baum ist gewachsen so du kommst da rein du kommst auch mal da rein du kommst auch da rein du kommst auch da rein du kommst auch da rein die goldbahn verkau ich ja ach ne grüne eile war auch ne quest demetrius glaub ich war es was ich hier finde die chillen ja immer da rum ich weiss nicht wo die sind und wir müssen auch Louis aussuchen, genau. So, Quest annehmen, eine grüne Eile, ja, kein Problem. Lollermeister, das Maru, ist der hier? Sehr wahrscheinlich nicht. Doch, Lollermeister, ja. Deswegen nochmal gut Geld. Wollen wir von Demetrius suchen, die Scheiß eingegeben. Der hängt oft hier rum, ist der hier? Ist er, ha. Siehste, nein, 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 danke, Gufa, cool. Kein, was es bedeutet, egal. Jo. Ne, nachher mag er das nicht. Ein bisschen ruhiger Tag, morgen geht es, wie gesagt, zu Clint und dann geben wir unsere Spitzhacke ab. Dann macht die Mie eine kurze Pause. Dann werden wir die nächsten Tage nochmal auf die oberen Ebene wechseln. Einfach um dann mal eine... Zack, 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 zack. Einfach um dann ein Earth Crystal zu finden. Dann sind nämlich die Mine Cards komplett. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, gehe jetzt schon ins Bett und früher doch nicht kurz kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis dann. Haut rein. Ja, schlafen. Wie viel Geld kriegen wir denn noch? Mal gucken. Oh ja, ein bisschen was. So ein Goldbarren bringt 250, nicht schlecht. Nummer 622, nice. So, aber jetzt. Saving, wir haben Progress, haben wir uns saved. Bis dann, haut rein.